Jetzt fangen wir an. Viel Spaß. Oh nein, das ist gar nicht das Kapitel. Ich dachte, das wäre das Kapitel. Jetzt weiß ich echt nicht, was ich suchen muss, Leute. Okay. 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 Das hätte ich eben ganz als quatschen können, während... Ah, okay. Das hatten wir das letzte Mal schon gehabt. Das kleine Schnipsel. Von dem... Das hat uns eigentlich die Dame, die draußen stand, und das Dings gelegt. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Kapitel jetzt finde. Scheiße. Ist das vielleicht doch hier? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nein. Oh, wo finde ich das bescheuerte Kapitel jetzt? Ach, Mann. Shit. Wo finde ich... Komm schon, nimm Licht hier. Ich muss mal ganz kurz... Mein Kerl, der ist leider ein bisschen Banane. Kapitel. Oh Gott. Das könnte jetzt wieder was dauern, Leute. Wisst ihr noch, wir haben fast... Fast eine 20 Minuten nach dieser Krücke, die hier stand, gesucht. Wo finde ich jetzt das neue Kapitel? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, wir müssen irgendwas finden. Ein Objekt? Der Becher ist leer. Wie schade. Komm schon weg, du blödes Vieh. Weg. 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 Werd hier gestalkt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich jetzt irgendwie ein Objekt finde, wo ich das Kapitel mit starten kann. Shit. Ich habe gedacht, wir hätten das jetzt gefunden schon. Hallo, Kapitel. Hey, ich habe angemacht. Aber hier ist kein Licht. Nicht gut. Heute bin ich kein Freddy Krueger mehr. Heute bin ich kein Freddy Krueger mehr. Habt ihr eine Idee? Überlegt mal, Leute. Wo könnten wir irgendwas finden, was uns ein Start für ein Kapitel... Was könnte es sein? Okay, wir gehen mal hier unten. Also hier unten in dem Kellergebiet haben wir eigentlich noch nichts Großartiges entdeckt. Das muss ich... Was war das denn? Boah, ich... Exit? Wo sind wir? Wo sind wir? Aber ich fange gleich an zu weinen. Was ist denn jetzt passiert? Also ich... Ich denke mal, wir müssen da hinlaufen, aber... Ich habe mich jetzt gerade richtig erschrocken, Leute. Damit habe ich das gar nicht gerechnet gerade. Das ist also nicht... Das ist nicht mein Keller, den ich kenne. Was ist hier los? Ich musste mal ganz kurz die blöde Mücke hier wegprügeln. Exit. Ah, ist es das Objekt? Ich kann das Objekt nicht lagern. Warum? Warum nicht? Achso, ich muss hier eine Hand freinehmen. Okay, okay. Ah, ich muss das fallen lassen. Wie tue ich denn eigentlich diese Hand... Ich will das ja nicht unbedingt fallen lassen, aber... Hm, okay. Woa! 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 Oh! Oh, Gott! Mach doch auf! Fuck you! Mach auf, Mann! Was muss ich denn machen? Oh Gott! Oh Gott, Leute! Oh Gott! Der war schon bei mir! Muss ich das nicht aufmachen? Oh Gott, Leute! Oh Gott, so fängt der Scheiß an hier? Fuck you! Hä? Shit! Oh Gott! Hä? Ich bin jetzt nicht durch das Dunkel? Oder... Kann ich Licht anmachen? Funktioniert nicht! Hä? Muss ich wirklich durch das Dunkel laufen? Die Dunkelheit? Ihr wisst ja, ich gehe immer rückwärts. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Alter, so schnell bin ich noch nicht gestorben. So schnell bin ich noch nicht gestorben jetzt. Was ist das denn für ein Kapitel? Und ich konnte das Kapitel ja noch nicht mal wirklich starten. Wie heißt denn das Kapitel? Oder heißt das... Boah, ich bin doch total verwirrt gerade. Ich bin aber gerade total verwirrt und total erschrocken. Was zum Teufel? Hä? Sag mal, was muss ich denn machen? Und das Suchen? Wollte ich ja nicht. Obisch! Ne, das war nicht das Vieh. Das ist ein neues Vieh. Das kenne ich nicht. Das... Ich weiß gar nicht... Ich habe gar nichts... Ach, auch kein... Wir haben auch gar kein Kapitel gestartet. Wie macht man das Ding denn auf? Hat jemand eine Idee? Es wird jetzt gleich wiederkommen, das Ding. Ich muss Anlauf nehmen. Ich raff das nicht. Mein Gott! Okay, wir werden nochmal... Wir werden jetzt einfach nochmal sterben, okay? Da ist... Da hinten kann man langlaufen. Ich sehe was. Oh Gott! Mein Gott! Hör auf damit! Es ist ja... Scheiße! Mann! Hä? Ich... Leute, ich raff nix! Also gestern haben wir uns doch so gemütlich reingetastet. Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, Leute. Mann, ey! Also hier sollen wir, glaube ich, nicht sein. Okay. Hier sollen wir nicht sein. Mann! Ich verstehe es nicht. Hä? Oder muss ich einfach ein paar mal draufhauen? Boah, das Kapitel fängt... Das Kapitel fängt gar nicht gut an, ey. Das ist ja gruselig. Ich verstehe gar nicht... Sind wir schon im Kapitel drin? Und wie heißt das Kapitel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ganz ehrlich, okay. Wir suchen mal einen anderen Weg. Gibt es hier ein Licht? Hallo, Dunkelheit. Null Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hä? Hat jemand irgendeine Idee? Ich habe keine Ahnung, wo ich habe. irgendwas an 0 an was machen muss Okay, okay, I got it. Wo ist das nächste Teil? Wow Komm schon Komm schon Scheiße Mann Oh Gott Und ich hab mich eigentlich gefreut auf dieses Kapitel Und jetzt werde ich dir Heimgesucht die ganze Zeit Was ist das denn? Oh mein Gott, wir sind doch nicht mal gestartet Hä? Oh Gott Aber okay, okay, okay Wir haben jetzt wenigstens Ich hab wenigstens rausgefunden, was ich machen muss Ach guck mal, wir können doch Ah cool Das ist eine coole Idee Wenn man uns rausfindet, wie es geht Yes Ich glaub das war doch noch der richtige, glaub ich, ne? Rainbow 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 Smile Blue Heart Torture Cheerful Pleasure Party Hearts Hope Strangulate Flying Angel Blue Tree Cuddles Depondition Coffee Oder doch nicht der richtige Weg? Apple Monkey Banana Hat er Banana gesagt? Yellow Yellow Kangaroo Shower Elephant Rape Mörder Mörder Okay Bilder Und dann soll man dazu was sagen Okay, dann ein Bild von irgendeinem Fleck Was ich ja eigentlich total Banane finde, aber egal Ähm Und dann soll man sagen, was man dort sieht Oh, man sieht bis dahinten durch Okay, cool Ähm, was hab ich? Ja Kann ich das nicht mehr nutzen? Oder warum hab ich jetzt Was hab ich Fallen lassen? Nochmal aufheben Und jetzt nochmal Ah, okay Okay Vielleicht gibt's einen anderen Weg Kommt man hier hoch? Das ist das Kinderzimmer Das ist das Kinderzimmer von Aber hier kann ich nicht hoch, ne? Oder kann ich den Stuhl nehmen? Muss ich den Stuhl da hinten nehmen? Okay Oder vielleicht muss ich jetzt Okay Ich hab keine Ahnung Ich versuch das jetzt einfach mal Äh, wie mach ich das nochmal? Fallen lassen Hier, so, zack Kann ich jetzt da hoch? Nicht Den Stuhl vielleicht nehmen? Ne, kommt ihr jetzt? Ach, ne Ach, ne Kommt er hier rein? Wow Ich kann das nicht nehmen Ich darf nicht Ah Ich kann die eine Wand auch einreißen Okay, okay, okay Nein, er kommt wieder Kommt er jetzt wieder? Nein Ach, ne Komm, Kollege Komm Ach, shit Fuck you, Mother Ach, Mann Das lässt mich nämlich Das alles nochmal neu machen Das ist Leute Ich hab ja irgendeine Safe gesetzt Oder sowas Lass mich das bitte nicht nochmal neu machen Warum Warum trigger ich denn jetzt die ganze Zeit? Warum kommt der jetzt immer wieder? Wer ist das? Mist 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 Nein, nicht kaputt Ach komm Äh, wie war es nochmal? Das ist immer Immer hier in dem Spiel So ein bisschen Wie? Hä? Dankeschön Nimm Wieso knimmt das jetzt nicht? Dankeschön Ich glaub, wir müssen immer in der Dunkel Im Licht laufen Ich glaub, wir müssen das so machen Sonst holen wir den Typen immer hier Ich glaub, so geht das Kommt da noch was? Ja Ich glaub, so ist es Okay Also ein bisschen komplizierter, ne? Also jetzt nicht komplizierter, nicht unbedingt Aber ein bisschen unfair hier Wenn dieser blöde Flutscheater andauernd kommt Kommt schon Jetzt da Oh, muss ich die ziehen Was muss ich machen? Hä? I don't get it Was muss ich tun? Okay, okay Vielleicht hier noch irgendwas holen? Ja, ich muss glaub ich hier nochmal hin Dann bricht das glaub ich von alleine ein Wow, da gibt's noch mehr Wege Shit Da freu ich mich ja Da freut der Dex sich Noch mehr Solange wir das so machen können Und der Der liebe Herr Geist Da bleibt, wo der Pfeffer ist Nett Die Uhr Die Kiste Kann ich die bewegen? Aber ich kann nicht fallen lassen Oder was? Komm schon, lass die fallen Oh Okay, okay, okay Das Spiel hat es immer noch Mit Mit っちゃ Mit 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 Steuerung Dass einfach die Steuerung Immer noch so bescheuert ist In dem Spiel Wenn wir schon Mal hier sind Machen wir das auch nochmal hier Ich habe nicht Keine Ahnung Ja, dann müsste ich hier nochmal Hören oder so Ich weiß es nicht, Leute Noch ist er nicht gekommen ok das kennen wir die gesichter das kennen wir schon leck 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 hemmelig bleiben das ist unangenehm das rumbasteln hier in diesen blöden lampen es geht immer mehr kaputt oder was ich kann dann brauche ich die kiste glaube ich gar nicht mein fehler ich glaube ich brauche die kiste gar nicht das geht von alleine kaputt ich muss das einfach nur alles sehen ok dann gehen wir mal in diese richtung noch weiter ok solange ich weiß wie es geht alles gut aber jumpscares incoming ich merke das jetzt schon müssen wir jetzt hier nochmal das haben wir was haben wir gab es hier noch was doch die kiste und auf die kiste steigen aber wir müssen noch nie so was machen mit der kiste kiste da ist ok ich habe keine ahnung ob das jetzt alles richtig ist was wir machen wir sparen an licht leute was das jacke reicht das ja ganz kurz leute ich will das bei spiel speichern kann ich nicht na danke ich habe nichts gesagt von johnny von johnny von johnny ich glaube in dem moment wenn ich das ding hier aufhebe nein ok das kapitel startet erst gar nicht wir haben geht dann direkt los oder was ich habe keine ahnung soll ich irgendwas tun habe ich irgendwas in der hand nöne ok ich weiß nicht ob wir hier wirklich reingehen müssen kann ich nicht ok spiel ist wenigstens so fern sagt nö aber ich guck ganz kurz ob ich hier mir wird gerade hören wird wieder banane sekunde ganz schnell ins licht kalt shit ach da ist was was ist das ich muss ganz ehrlich sagen also ich hätte jetzt nicht gedacht dass das kapitel wo wir eigentlich noch gar nichts gestartet haben einfach so anfängt warum ist die wand zuge ja ja wieso ist das jetzt wieder normal i don't verstehe das das interessante ist übrigens dass die türen so wie sie aufgelassen habe sind sie jetzt auch wieder ich muss ganz ganz ehrlich sagen ich bin total verwirrt gerade von diesem aber wir haben noch gar nichts gestartet oder oder doch ich weiß es nicht die wand ist frisch gestrichen willst du versuchen sie aufzubrechen ok aber das ist doch der gang da vorne an der seite wenn ich verstehe was ich meine guck mal ganz kurz abbrechen ist doch zwischenraum hier ja dann versuchen aber womit breche ich das auf womit breche ich das sind jetzt auf ich habe doch gerade nichts wo kommt dieser zwischenraum her bitte sagen wir haue ich die tüte haue ich die wand karten in meinem kopf ein ich glaube wirklich mit mit dem kopf oder so ne also so viel so viel dazu so so Untertitelung des ZDF, 2020